Liebe Freunde, ist ja die ganze Zeit mal wieder Rainy mit seiner Gitarre, meine Selbstbrauch von Stevie Ja, mein Thema ist heute, ich habe seit Monaten irgendwie so ein Ding da rumgefliegen, das heißt Guitar Rig, das ist einfach so ein Effektgerät, das kann man sich auch im PC installieren und da muss man nur mit dem Gitarrenkabel einfach nur irgendwie in die Soundkarte reingehen und schon kann man die Sounds machen. Da fand ich so lustig, also es hat bei mir nie geklappt, weil ich habe mich irgendwie falsch eingestellt, jetzt geht das irgendwie und das kann man sich irgendwie besorgen, Internet, Guitar Rig und gut ist ja, gibt es überhaupt sonst, ja, ich mache mal so ein Ding, ich hoffe es klappt irgendwie, es zieht uns wieder mein Sound rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, da kommt ein wahnsinniges Sound raus. Na gut, später hat es ein bisschen E-Moll. Und wie heißt es? Das Sportl-Pack. Ich mag es aber ein anderes. Bright Delay vielleicht. Das Sportl-Pack.